Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem tollen Spiel. Wir spielen heute Accord Drop. Ja, fangen wir doch gleich mal an oder davor gucken wir noch auf die Settings, die nicht funktionieren. Egal! Und Hilfe funktioniert auch nicht, Exit wahrscheinlich auch nicht. Egal, starten wir das Spiel. Es ist so toll! Wir müssen Nüsse sammeln, Haselnüsse, Hoffentlich habe ich jetzt nicht was Falsches gesagt. Das wäre echt traurig. Und das Spiel ist so innovativ und so spannend. Da haut es mich doch gleich mal aus den Socken. Ich weiß noch nicht mal genau, welche Nüsse ich eigentlich einsammeln muss. Und die Nuss habe ich nicht gekriegt. Schade. Ich glaube, ich darf nur die einsammeln. Nein, ich weiß es nicht. Egal, sammeln wir einfach irgendwelche ein. Wird schon Minuspunkte geben. Was heißt eigentlich To-Go? Keine Ahnung, auf jeden Fall kriegen wir da weniger. Wir sind schließlich ein super toll animiertes Eichhörnchen. Glaub ich. Da ist eine goldene Nuss. Wir haben die goldene Nuss gesammelt. Das ist doch mal ein Erfolg. So müssen wir weitermachen. Jo, und die Runde ist auch spannend, weil der Hintergrund so toll ist. Und die Bäume auch so toll sind. Das ganze Spiel ist toll. Also, wenn ich davon nicht süchtig werde, dann weiß ich auch nicht weiter. Oh mein Gott, macht das Spaß. Da kommen ja noch mehr Nüsse. Die kriege ich niemals alle eingesammelt. Ich weiß nicht, was To-Go heißt. Wahrscheinlich ist das Spiel fertig dann. Das Spiel ist sowieso schon fertig. Press Enter to try again. Juhu. Und noch eine Runde. Nein, doch nicht noch eine Runde. Doch, noch eine Runde. Und da fängt es wieder von vorne an. Collect 40. Oh, ich muss 40 Stück sammeln. Wieso habe ich das gerade auf Englisch gesagt? Okay. Das schaffe ich niemals. Im nächsten Level bin ich also, wenn ich 40 gesammelt habe. Und ich darf diese schwarzen Nüsse nicht einsammeln. Sogar manche sehen anders da aus. Das finde ich toll. Oh nein, wir haben nur noch eine Minute. Spannung pur. Die werde ich niemals schaffen. Da kommt die goldene Nuss. Die gibt uns plus 5. Oh mein Gott, ich schaffe es. Oh mein Gott, ich schaffe es. Ich schaffe es. Hoffentlich nicht. Da kommt die Nuss. Und die fliegt genauso, wie der Baum schräg ist. Komisch. Noch zwei Nüsse. Und jetzt kommen keine mehr. Da habe ich aber Glück. Da sind sie ja. Wir haben Level 1 geschafft. Jetzt kommt Level 2. Jetzt müssen wir 60 Stück sammeln. Ich weiß endlich, wie das Spiel funktioniert. Hier ist ja schließlich ein Blind-Let's-Play. Ich muss nur noch ein paar sammeln. Ein paar 500.000. Bald haben wir 60 Stück. Wir haben zwar 60, aber in dieser Runde noch nicht 60. Und meine Finger tun weh. Und vielen Klicken. Ich finde das Eichhörnchen sieht kuselig aus. Das macht noch mehr Spannung. Bringt noch mehr Spannung in das Spiel hinein. Von der Spannung ist sowieso viel zu viel vorhanden. Machen wir weiter. Und wir schaffen die 60, hoffentlich. Wenn noch so eine goldene Nuss kommt. Oh mein Gott, es kam noch eine. Noch 18 Stück in einer Minute. Das schaffe ich niemals. Ich kann die sogar wegkicken. Voll toll. Dich kriege ich Nuss. Ich habe dich. Gefangen. Oh, jetzt hätte sich das Spiel fast aufgehängt. Das verbraucht bestimmt Unmengen an Arbeitsspeicher und CPU. Das schafft mein PC nicht. Oh nein, die darf ich nicht einsammeln. Ich habe Level 2, glaube ich, geschafft. Huch. Es geht unendlich. Ein Spielefehler? Nein. Schon minus 5 to go. Game over. Und keiner versteht warum. So, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Es war mal etwas anderes. Ähm, war jetzt nur ein kleines Letzt-Test. Oder Letzt-Fund. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Ja, das Spiel müsst ihr euch kaufen. Das ist echt der Hit. Der absolute Hammer. Kauft es euch, Leute. Ja. Dann sehen wir uns eigentlich schon im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mit.